Wichtige Verben auf Deutsch. Wollen. Ich will ein Eis essen. Gehen. Mein Sohn geht zur Schule. Wissen. Weißt du die Antwort? Schreibe ein Beispiel in die Kommentare. Wichtige Verben im Deutschen. Sehen. Siehst du das Schiff? Lassen. Lass mich in Ruhe. Stehen. Die Vase steht auf dem Tisch. Schreibe dein Beispiel mit einem dieser Verben in die Kommentare. Wichtige Verben machen. Wir machen Sport. Kommen. Sie kommt aus der Ukraine. Geben. Kannst du mir bitte das Salz geben? Schreibe dein Beispiel mit diesen Verben in die Kommentare. Drei wichtige Verben für A1. Können. Ich kann gut kochen. Müssen. Du musst zur Arbeit gehen. Sagen. Er sagt die Wahrheit. Schreibe ein Beispiel mit diesen Verben in die Kommentare. Drei wichtige Verben für A1. Sein. Ich bin müde. Haben. Er hat einen Hund. Werden. Sie wird nächstes Jahr ärztisch. Schreibe dein Beispiel mit einem dieser Verben in die Kommentare. Kommentare.